Nationale und europaweite Organisation von Staatsaufgaben führt uns auch zum Militär. Sie haben da einen interessanten Vorschlag gemacht, wo ich nicht weiß, ob er geschuldet ist jetzt dem tragischen Vorfall beim Bundesheer, wo ein Rekrut bei einem Marsch in der Hitze gestorben ist, oder ob es eine neue, sozusagen grüne Sicherheitspolitik gibt. Sie wollen die Wehrpflicht abschaffen, aber auch kein Berufsheer und das Militär zu einem technischen Hilfswerk machen im Wesentlichen. Wie soll Sicherheitspolitik, militärische Sicherheitspolitik aus Sicht der Grünen ausschauen? Zum einen möchte ich betonen, dass die Frage darüber, wie die Grünen sich eine Heeresreform vorstellen, nicht aktiv von mir im Zuge dieses tragischen Todes, dieses schrecklichen Todes thematisiert worden ist, weil ich ihn nämlich auch finde und auch als Mutter, ich kann nicht ansatzweise nachvollziehen, wie es der Mutter dieses jungen Mannes geht, ich hätte es nicht so angezogen. Ich wurde im Zuge eines anderen Interviews danach gefragt und habe eigentlich die Forderung wiederholt, die die österreichischen Grünen schon seit Jahren spätestens in der Diskussion zur Wehrpflichtbefragung war das da. Es braucht eine tiefgreifende Reform. Das ist ja nicht wie Peter Pilz quälen, aber der war durchaus für das Berufsheer. Ja, aber wenn Sie sich nahe... Weil Sie jetzt so tun, es gäbe es immer ganz eine andere. Erzählen Sie mir einfach jetzt Ihre Vorstellung von Verteidigungspolitik. Sehr gerne, sehr gerne. Aber das ist nicht nur meine, sondern... Ja, ja, die der Grünen-Parteichefin und so mit der Partei. Nein, das ist bei uns anders. Also das ist bei uns tatsächlich so, dass wir unsere Positionen intern abstimmen, miteinander diskutieren und dann versuchen auch gemeinsam zu vertreten. Also was wollen Sie mir jetzt sagen? Es ist noch nicht abgestimmt? Es ist dabei einmal nur Ihre? Nein. Auch nicht? Ich habe mir gerade versucht zu erklären, dass ich die nicht neu erfunden habe und jetzt auch nicht im Zuge dieser Diskussion aktiv aufgebracht habe, sondern eine Frage beantwortet habe, wie ich jetzt auch versuche, Ihre Fragen zu beantworten. Im Wesentlichen braucht es eine tiefgreifende Reform des österreichischen Bundesheers, solange die jungen Männer verpflichtet sind, den Wehrdienst zu leisten und nicht sichergestellt ist, dass sie da unversehrt herauskommen und wir wissen nicht, was da sonst noch alles passiert, müssen wir tatsächlich tiefgreifende Reformen setzen. Es geht mir darum, die Wehrpflicht abzuschaffen. Das ist, glaube ich, unbestritten und auch sehr bekannt, die grüne Position. Es geht darum, den Zivildienst und die freiwilligen Leistungen aufzuwerten oder ordentlich zu bezahlen. Das Gleiche gilt für den Katastrophenschutz. Jetzt, gerade in diesen Situationen, sehen wir, die Grundwehrdiener sind sehr stark unterstützend. Gemeinsam mit den Feuerwehren helfen sie den Menschen, die von diesen Klimawandelgeschichten bedroht sind, von diesen Hochwässern, von diesen Vermuhungen. Das ist ja leicht nachvollziehbar, auch mit dem technischen Hilfsdienst. Die Frage ist, wie militärische Verteidigung organisiert werden kann, rein auf europäischer Ebene. Ist das etwas, wo Sie sagen, da sollen die Nationalstaaten keine Rolle mehr spielen? Ich glaube, dass es notwendig ist, dass Österreich sich beteiligt an Friedensmissionen unter dem UN-Mandat. Dafür braucht es auch Spezialisten. Das ist auch okay, aber das ist nicht das klassische Berufsherr. Ich, als Pazifistin, überzeugte Friedensbewegte, und die Grünen sind eine Friedenspartei, habe kein Interesse daran, dass ein österreichisches Berufsherr Teil der EU-Battlegroups wird, sondern dass man sich nur an friedenssichernden Maßnahmen beteiligt. Gerne als Schnittstelle zwischen Militär und Polizei. Da hat Österreich eine große Expertise. Und in diese Richtung möchte ich gerne denken, auch hier bitte alle nachzuvollziehen. Ich weiß, dass man das nicht von heute auf morgen umlegen kann. Man muss das umbauen, man muss sich überlegen, wie man es reformieren kann. Aber es braucht eine tiefgreifende Reform, weil es so, wie es jetzt ist, kann es nicht weitergehen. Und darüber reden wir eigentlich schon lange. Ich kann mich erinnern, bei der Erfolgsabstimmung oder bei der Volksbefragung zur Wehrpflicht wurde versprochen, dass es eine große Heeresreform gibt. Basiert ist meiner Einschätzung nach nicht so oder sehr wenig.